Hey und was geht? Ich spiele hier eine Runde Candy Crash Saga war das glaube ich? Denn ich wollte jetzt mal einfach so RAS verfahren alle Facebook Spiele die man auf Facebook zugeschickt kriegt am anspielen, euch die Spiele zeigen. Auch die die ich nicht kenne, zum Beispiel das kenne ich nicht. Ich bin jetzt hier in Level 1, ich denke mal das ist das gleiche wie Candy Crash Saga, das habe ich gerade schon gespielt, allerdings habe ich vergessen aufzunehmen. Ich vollhorst. Na gut. Und jetzt spiele ich halt hier. Candy Crash Saga So. Also muss ich die Taschen öffnen. Okay. Dann spielen wir mal die zweite Runde. Soda Gut. Oh, die sind jetzt eingekettet. Was muss man da machen? Ah, nice. Da ist eine Flasche. Das gibt's ja nicht. So, wir konnten mir auch schon denken. Aber ja. Vollkommen legerau. So, dann hauen wir ab. Ah, Mist. Ah. Mh. Ah. Warum bringt den wir da oben? Ah, 20 Züge frei. Oh, da müssen wir aber aufpassen. Auf die Züge. Ah, 20 Züge frei. Und. Bam. Perfekt. Und. 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 Ah, da geht wieder rein. Läuft sie ohne Zeit? No. Ah, ja. Nochmal. Juicy. Hier ist noch den blauen. Äh. Ach, die Fische schwimmen immer so. Ja, voll geschickt. Tasty. Mh. Mh, 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 mh. Ah, alles macht das. Oh. O. Das leckt aber ganz schön krass. Zwei Sterne nur, Mann, bin nicht schlecht. Okay, unser nächstes Game. Was mache ich jetzt hin, yo? What the fuck? Ah, okay, auch hier. Okidoki. Ne, 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 so machen wir das. Okidoki. Und jetzt so. Eine Fusche. Juicy. Juicy. Und jetzt machen wir das so. Und, und, und jetzt machen wir das so. Ja, jetzt machen wir das so. Get's fucking in. Dasty. Ja, jetzt machen wir das so. So, dann machen wir mal nix. Öffne die Flaschen. Soda. Gut, also vier. Alleinander. Er gibt keinen Fisch. 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 Aber hier irgendwo vier. Ich glaube nicht. Fisch. Man muss da irgendwie mal was. Ach. Na, super. Fisch. Na super. Kaucke. Tasty. Mach ich und wo eine da ist eine? Ah, da ist wieder eine. Guck mal hier. Jetzt krieg ich die gleich. Oh, ne lilan. Nehmen wir. Und jetzt machen wir... ... der grüne Bar. Oh, das ist toll. Soda Crush. Juicy. Okay, das ist die nächste Runde. Und wir sollten noch ein Runde. Oh. Er hat gesagt, ich muss das hier machen. Voll konkret. Und jetzt? Hilfe. Oh. Tasty. Oh. So delicious. So delicious. Warum ist das grünes, oder? Oh, das ist doch nicht grün. Ey. Also eine gelbe, aber auch noch eine grüne. Oh, was ist das? Okay, das ist hellblau. Gut. Ich glaub das war ein anderes Ding. Ein anderes Dingsbums. Eins, was zu, glaub ich noch. Dafür noch ein, zwei, drei Flaschen. Drei Flaschen. Okay. Warte mal. Warte mal. Wenn ich vier, drei Würfel mache, dann... Kann ich denn noch irgendwo für achten? Komm. Ich stuhm da runter. This is nice. Dann nimm mal jetzt zum Lala. Go. Okay, ich habe einen roten Schmach frei. Einmal so. Und so. Nein! Nein! Juicy! Nur 8 Züge. Da muss ich fertig sein. Das ist ja auch noch eine Flasche. Noch 4 Züge. Ich schaffe das nicht mehr. Warte mal. Genau. Und noch 3 Züge. Ne, wenn ich die Macht ausbringt nichts. Sehen! Sehen! Letzter Schug! Ich habe verloren. So, dann probieren wir nochmal die Runde. Soda! Aber jetzt ist das schon mal nicht geht. Jo! So! Dann machen wir nochmal. Divine! So! 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 Blau blau blau. Rot, rot, blau. Ah! So! So! Und... So! So. So! ganz einfach so genau und den und den Oh, hat das gerade geläuchtet? Da ist die gelbe Flasche! Eine gelbe Flasche! Ich hab einen Tisch! Und, 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 und... Ach, ja, genau! Und, 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 und... Dann nehmen wir jetzt mal hier... Das einfach so... Nichts? Ach, das ist jetzt hier! Ach, ich hab schon geöffnet! Soda Crush! Soda Crush! Soda工ik 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 TASTY Okay Juicy Oh Okay Ich habe schon eine Bombe, nenn mal die Bombe da. Okay, was haben wir hier? Oh, ich habe einen Kümel. Ah, ein Bär. Ah, hier ist noch ein Bär. Ich glaube, es ist ein bisschen schwer. Wiederschmein hier. Aber wie das denn raus das ist? Hm. Hm. Ich habe mir leider nicht gerade drauf geachtet. Nja, nja, nja. Ich bin auch sowas von lame. Das gibt es doch gar nicht. Als wenn ich die noch... Ach, da ist ein Bär. Ah, ich verstehe. Die Bären sind durch einen Rabattu. Und dann... Und dann... Und dann... Hätte man es geschafft. Jetzt wissen wir aber, wie das geht. Noch mal spielen? Nein, ich will nicht noch mal spielen. Ich weiß allerdings jetzt, wie das geht. Okay. Okay. Mach mal hier so daneben. Hier kommt die Bären-Gegend. Ach, hier kommt noch eine andere Gegend. Kann ich mal ein Spiel? Ja dann... Und soll ich da durchspielen? Nein, wir spielen nicht durch. Ich sag mal, morgen muss ich ein anderes Spiel. Bis dahin wünsche ich euch auch viel Spaß. Und... Dann bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Also...